Musik 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 Ich möchte euch ganz herzlich willkommen zu unserem dritten Konzert von Akkord an in Azeen. Ich werde ganz kleine Geschichte erzählen. Ich werde nicht viel sprechen, weil heute Abend ist die Bühne hier, wie unsere kleine Akkord anmeister. Ich möchte nur kurz sagen, dass wir mit dem Herrn die Rechnung haben, das ist eine Ehre, die auch dabei sind, Herr Hörerspartner. Es ist eine Ehre, die wir genau vor drei Jahren angefangen haben, in der Musikschule Stockerau. Und es gab nur zwei Schüler. Und von diesen zwei Schüler war einer erheißen. Und den habe ich nie kennengelernt. Weil, seit ich in der Schule gekommen bin, er hat sich entschieden, nicht mehr von unserer Familie. Vielleicht hat es gar nichts mit mir zu tun. Aber ich wollte was Hans erzählen. Wir haben angefangen nur mit deinem Schüler. Und jetzt sind wir nach drei Jahren, 2019, mit 14. tangled hat er in dieser Weise, die viele Roberto-Hörerspartner haben. Applaus 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 Musik Applaus Musik 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 Applaus Musik 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 Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020